Die neue Diamantlochsägenlösung von Wolfkraft. Das Spezielle ist der neue Zentrierbohrer für eine präzise Lochsägenführung. Im ersten Arbeitsschritt wird die Fliese positionsgenau mit dem Zentrierbohrer angebohrt und anschließend wieder in die Lochsäge eingesetzt. Der in Wasser getränkte Schwamm sorgt für die Kühlung der Diamantbestreuung beim Schnitt und erhöht die Standzeit der Lochsäge signifikant. Entstehender Staub wird durch das Wasser gebunden. Sobald beim Schnitt die ersten Millimeter der Diamantbestreuung in die Fliese eingetaucht sind, muss der Zentrierbohrer für den weiteren Bohrvorgang entfernt werden. Die Lochsäge wird nun in die Konturen des ersten Schnitts eingesetzt und der Bohrvorgang fortgeführt. Die hochwertigen Industriediamanten am Sägerand sorgen für präzise Bohrungen selbst durch härteste Materialien. Der Bohrkern wird nun mit einem Schraubendreher durch die Löcher der Rückseite herausgestoßen. Die neue Diamantlochsäge Keramik von Wolfkraft garantiert Ihnen präzise und saubere Bohrungen in härteste Fliesen, Granitplatten und selbst in Feinsteinzeug. Der Bohrkern BLMHkern Der Bohrkern Der Bohrkern Der Bohrkern Der Bohrkern